hey ho meine schnitzel und herzlich willkommen zu einer runde happy wheels bam endlich mal wieder ne wie lange ist das jetzt her ich weiß es gar nicht zu lange auf jeden fall dass ich dieses wunderschöne spiel gespielt habe news today nein 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 play count today und was machen wir boss attack nee hmm bottelflip was machen wir mal ein bottelflip hat schau ich nicht habe ich nur gesagt au ich bin ich bin ein titan leute ich kann mich nicht bewegen was ist los hallo hallo champion ja schade naja da war lustig a lustiges level ähm hm minigame das klingt cool das klingt echt cool und so viele sterne bei so vielen dingern instruktion als ob ich mir das durchlese hey ganz ehrlich ihr kennt mich ähm you have a good chance of success and the computer can make it easier for you ja komm nehmen wir das schere stein papier oh 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 schere confirm das ist also easy next round ok papier ja ja man ähm next round papier oh ähm papier äh papier schade dann nehmen wir jetzt mal wieder papier und dann nehmen wir jetzt mal ein stein auch scheiße und wie wärs mit ne 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 doch ähm papier ach schade schere jaaa easy papier nein ich hab hier glaubt du die oh mein gott ey das 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 ist geil das ist echt ein geiles level also holy holy CSGO what CSGO ja pfff test neulich ich hab noch nie CSGO gespielt das kann ich nicht machen sorry sorry ich möchte mich nicht komplett blamieren ey haha ähm hm hm the easy level das klingt schön gibt's irgendwas hm 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 mal kurz checken 3 minuten holy shit also das äh das ist länger als ich gedacht hätte echt haha ähm rope rope's rings sind eigentlich immer gut immer gut wat nein 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 ja ha oh um warum ist äh 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 ich verstehe nicht warum warum das so hart gefeiert ist äh äh level aber okay happy wheels online das klingt auch krass ist das jetzt so ne art battle royale ich bin kein VIP you died ich bin gestorben hei hä 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 was sind das für level warum sind die so gut äh bewertet so viel gespielt hä ein bottle run ein bottle run ist naja der hat mir kein kein ding gegeben ach dann nutzen wir das mal aus ne oh oh nein ich bin gestorben als ob ich ich bin mit wie konnte ich hier bitte sterben wo ist es possible dass ich das nicht geschafft habe holy moly ähm hm ich habe irgen glp tv quiz oh ein super duper quiz über glp auf deutsch und englisch hä gucken englisch oh mein gott das tut dir an den augen weh gucken englische leute glp ok hey glp und andere und den quiz glp ich muss auch gott auch gott der hat oh mein gott ha nein oh sind svenis sehr glp 2010 ja man ich bin slow wie heißt wie heißt glp shine äh ich ich kenne klumpi ja oh äh ja der torsten wir kennen die nicht gibt es nicht irgendwie den torten nein nein das ist das karsten oder dieser stahl hat gp einen vornehmen hä 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 night zu null aus ich habe es weil ich steuerungen gedrückt habe konnte ich jetzt nicht springen das solltet ihr euch merken wenn ihr opera benutzt man muss manuel gibt gas über manuel manuel als ob ich das weiß er war so logisch mein gott war das logisch ich krieg das hin auch wenn das letzte level ist was ich spiel ich bin schlau genug dafür ich bin ehrlich ich hab den seit drei jahren oder vier jahren nicht mehr gesehen aber ich gucke generell kaum youtube früher nein ich habe schon wieder den topf denen den steuerung fehler gemacht okay kein steuerung ich bin ich bin so gewohnt mit dem typen zu drücken dass ich springen kann es ganz schön behindert es war falsch torsten 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 leger keine ahnung wisst ihr was ne obs war auf einmal weg lol aber ich nehme noch auf das ist gut ach gott ja man ja man ja man ja man genau danach habe ich gesucht das sind meine level boi boi ja mal guck mal gucken ob wie wie kann man so ein search bei name gibt es noch andere glp dinger play count von 2014 holy shite new ist 2019 glp quiz brutto run what the hell das sieht das sieht toll aus ein paar music games habe ich gefasst euch leertaste ist da ein bisschen freud ja wieder anlauf das ist ja fufi das ist das ist ein sehr befriedigender tod würde ich sagen nein nein ok ok ich weiß was ich zu tun habe ich bin so kacke mit dem typen acht wird um ein bissel paus also wir sind warum ist das so gut bewertet? kein plan ich benutze solche sachen selber also ich bin gerade geflasht was für level hier existieren von einfach news 2018 2018 2019 und davor einfach hier 2016 15 achja gucken wir noch mal zum schluss nach meinem lieblings schade gibt es denn hier wenigstens das noch? ja viel zu viel text kör du neja ehm ähm oh oh das will ich sehen das ho ho ja oh oh mit diesem schönen bild verabschiede ich mich von euch ich hoffe ihr hattet auch so ein bisschen spaß wie ich und ja bis bis morgen dann ja also ich hatte spaß vergessen nicht zu bewerten und äh kommentieren und blablub abonnieren die Glocke drücken um um benachrichtig zu werden dies das ananas tschusen dann ja